Was war ein sehr spannendes Wochenende? Es war ein sehr spannendes Wochenende. Bei der Academia Superior dabei zu sein, war sehr inspirierend. Es waren tolle Persönlichkeiten da, mit denen diskutiert, gesprochen wurde. Und auch der Raum für die teilnehmenden Studierenden war so gestaltet, dass man sich einbringen hat können und wirklich aktiv mit den Experten und Expertinnen sprechen hat können. Es war sehr lehrreich und ich habe als Studentin sehr viel mitnehmen können. Das Kontrollthema oder alles außer Kontrolle, das ist auch bei uns im Sozialbereich ein großes Thema. Ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken und das sacken lassen. Es sind leider wie immer bei solchen Diskussionsrunden viele Fragen stehen geblieben. Es sind aber auch sehr viele Antworten gegeben worden. Und der ganze alles außer Kontrolle, die Thematik ist natürlich sehr weitgreifend und ist auch schwierig in diesem Kontext zu finalen Antworten zu kommen. Aber es war ein wirklich spannendes Wochenende und der Austausch mit den Experten, die eingeladen wurden, war mehr als spannend. Die österreichische Gesellschaft lebt in einer sehr kontrollierten Zeit. Umso spannender war für mich eben dieser Austausch mit den Experten aus den unterschiedlichen Bereichen. Dafür möchte ich der Academia Superior danken für das tolle Wochenende. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.